Ihr Musterhaus Küchen Fachgeschäft Möbelfogler in Hohendorf direkt an der B174 wir unterstützen die Vereine unserer Region Informationen unter www.möbelfogler.de Möbelfogler Möbel und Küchen ganz persönlich erreichbar trotz Schranke vor der Haustür Gut durchs Gelände in unser Erzgebirge kommen Sie nicht nur mit Zweirädern PS Stark 1A Autoservice in Großolpersdorf Ihr Kfz-Meisterbetrieb ist Spezialist für die Reparatur aller Fabrikate und Marken Unfallinstandsetzung, Haupt- und Abgasuntersuchung, Autoglasreparaturen, Handel mit Neue-, Jahres- und Gebrauchtwagen, Finanzierung und Garantien, Reifenservice und vieles mehr Wir die Firma PS Stark 1A Autoservice in Großolpersdorf unterstützen den Muttersport vor allen Dingen unsere Jugend aus dem Grunde dass die Kinder lernen auch etwas anderes wie ihr Handy ihren Laptop zu nutzen und auch die Zusammenhalt untereinander zu leben und zu fühlen PS Stark 1A Autoservice in Großolpersdorf In Hohendorf fand am Samstag den 1. Juni 2024 der ADAC Enduro Jugendcup statt Unterstützt vom ADAC konnten dort junge Leute in einer großen Halle der Maschinenbau Klettke GmbH Motorsport betreiben und in zwei Rennen gegeneinander antreten Bei der Jugendarbeit im Endurosport ist Sachsen da Vorreiter So auch der Offroad Club Hilmersdorf, der einer der aktiven Vereine ist und nichts dem Zufall überlässt Ja, ich bin sehr zufrieden, die Jugend macht das was sie soll, hatten gleich in der ersten Prüfung mit Pech am Sitzbank verloren, war erst mal aus dem Konzept gekommen, aber jetzt holt er stetig auf und ich bin sehr zufrieden Der Offroad Club Hilmersdorf ist sehr erfolgreich was die Jugendarbeit angeht, warum macht ihr das? Ja, das ist einfach eine Herzensangelegenheit, wenn man selber aus der Sportart kommt, dann probiert man das natürlich weiterzugeben und die Jungs zu motivieren, um ihr Ziel zu erreichen und jeder auf seinem Niveau und das macht immer wieder Freude Und das geht auch im Jahr 2024 noch? Ja, wir haben gerade für 2024 wieder ein bisschen aufgestockt, noch besser strukturiert die Trainings natürlich, also samstags mit den Kindern So ein Jugendtraining für alle, Freitags Spezialtrainings für die, die Rennen fahren, also einfach für jeden, den dort abzuholen, wo er hingehört Auch das Wetter hielt an diesem Tag niemanden auf. Der erste Lauf der jüngeren Teilnehmer fand vormittags bei Wind und Wetter statt Die Teilnehmer des zweiten Rennens am Nachmittag wachen dann die größeren Jungs und eine junge Dame Mein Bruder fährt schon seit ein paar Jahren Motorrad und dann wollte ich es auch mal probieren Wo trainierst du denn sonst eigentlich? Im SHC Meldewitz Und da hast du einen guten Trainer, die das unterstützen? Ja Wie läuft es bisher? Sehr gut Was sind so die Schwierigkeiten heute? Gibt es die überhaupt? Es ist sehr schlammig und wurde ausgefahren von dem Furcht schon Diese hatten mehr Glück mit dem Wetter Bei den Siegererbungen wurden dann die besten Teilnehmer gekürt Ganz klar, die Enduroszene ist eine eingeschworene Familie Gleich zwei Motorsportfreunde feierten ihren Geburtstag vor Ort Was für eine schöne Geburtstagsüberraschung Der eigene Sohn ganz oben auf dem Siegerpodest Am Ende des ersten Laufes konnten sich der Sieger Mika Klose Der Zweitplatzierte Tim Tränkner und auf dem dritten Platz Henry Richter Über Pokale und weitere tolle Präsente freuen Leer ging dann noch keiner der jungen Teilnehmer aus Musik 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 Was kann man denn machen? Kette ölen, gucken, dass die Bremsen alles in Ordnung ist und dass nicht weggebrochen ist Musik 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 Den zweiten Lauf der größeren Klasse gewann Jordan Wittenberg vor Lenny Baum und Paul Kerr Musik Der Wettkampf in Huhndorf war der zweite von insgesamt sechs Meisterschaftsläufen Die nächsten Termine für den ADAC Enduro Jugendcup stehen aber schon fest Am Ende werden wir sehen, wer diese kleine Meisterschaft gewinnt Wir feiern die Gendorf Musik 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 Musik